Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute natürlich wieder mit einem neuen Krypto-Video kurz vorm Wochenende. Und zwar gibt es nochmal ein paar Neuigkeiten zum Thema Ripple bzw. XRP. Gab es ja wieder sehr, sehr viel jetzt in letzter Zeit. Ich habe jetzt mal die wichtigsten rausgenommen, damit ihr einfach da wieder auf dem neuesten Stand seid und wisst, was dort gerade abgeht. Ich würde sagen, für alle, die neu am Start sind, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe gesehen, so 30-40% haben die Glocke noch nicht aktiviert. Würde mich auf jeden Fall freuen. Gibt vor allem auch alle einen Daumen nach oben, zeigt dem Algorithmus, dass wir am Start sind. Und ich würde sagen, wir legen los. Ripple schlägt die Einführung von Sidechains vor, um sicherzustellen, dass Smart Contracts Adjacents auf dem XRP Ledger XRPL ermöglicht werden. Dieser Vorschlag würde dadurch die rasante Entwicklung der DeFi in den letzten Jahren beeinflussen. Die Evolution des Krypto-Ökosystems schreitet schnell voran und treibt die Branche in eine Ära der technologischen Innovationen. Inzwischen haben wir die Einführung dezentralen Anwendungen gesehen, die Apps, und einen generellen Dezentralisierungstrend vieler Aspekte in allen Finanzmärkten, DeFi. Um mit der schnell fortschreitenden Entwicklung Schritt zu halten, schlug nun der CTO von Ripple Labs, David Schwartz, die Einführung von Sidechains vor, um sicherzustellen, dass Smart Contracts auf dem XRP Ledger XRPL aktiviert werden können. Als Grund nannte er die steigende Nachfrage der Nutzer nach der Implementierung von Smart Contracts. Heute habe ich meine Vorstellung von föderierten Sidechains beim XRP Ledger dargelegt, was eine Menge Dinge nach sich zieht, aber im Wesentlichen bedeutet, dass jeder, der will, eine Sidechain zum XRPL betreiben kann. Bei dieser Implementierung würden eine oder mehrere Sidechains über eine Software namens Federator mit dem Hauptnetzwerk der XRPL verbunden werden. Die Sidechains könnten entscheidend zur Verwirklichung von Ripples Vision beitragen, eine neue Klasse von Kryptonutzern zu erschließen. Jeder interessierte Nutzer kann die Sidechains betreiben und auch DeFi, Smart Contracts und andere Funktionen implementieren. Am wichtigsten ist, dass man seine eigenen Ledger betreiben und mit seiner eigenen nativen Währung arbeiten kann. Schwartz erläuterte weiter, dass Sidechains ihr eigenes Reservesystem, ihr eigenes Gebührensystem und ihre eigene Transaktionskapazität haben werden. Auf der integrierten dezentralen Börse DEX kann man XRPL handeln. Wenn XRPs auf die Sidechains importiert werden, würden sie auch für die Liquidität auf ihrer integrierten DEX verwendet werden. Jede Sidechain wird ein Trustkonto im XRPL Hauptnetz haben, um Vermögenswerte im Namen der Nutzer der Sidechains zu halten. Sidechains werden die XRPL-Funktionalität nicht verändern. Schwartz ist angesichts der rasanten Entwicklung von DeFi in den vergangenen Jahren sehr optimistisch. Seit 2019 ist die Zahl der DeFi-Entwickler um 110% gestiegen. Es wird erwartet, dass dieser Trend sich 2021 verstärkt fortsetzt, was Unternehmen geradezu zwingen würde, dieses Ökosystem zu erkunden. Schwartz sagte allerdings auch, es gebe noch sehr viel Arbeit zu tun, bevor die vollständige Implementierung da sein werde. Man werde die Sidechains selbst bauen müssen und auch weitere Funktionen zur XRPL-Server-Software hinzufügen müssen. Dabei verlasse man sich auf Feedback aus der Entwickler-Community, um zum optimalen Ergebnis zu kommen. Dort wird auch nochmal folgendes gesagt. Das war die erste Meldung. Wir haben allerdings noch eine zu Ripple und zwar Ripple bittet Gericht, der SEC eine Frist zur Vorlage von Dokumenten zu setzen. In der Klage der Securities and Exchange Commission, SEC, gegen Ripple hat das in San Francisco ansässige Fintech-Unternehmen die Wertpapieraufsichtsbehörde beschuldigt, sich vorsätzlich zu weigern, Dokumente in Bezug auf BTC, ETH und XRP auszuhändigen. Dies geschieht trotz des Urteils von Richterin Nedberth vom 6. April, da sie die SEC anweist, die Kommunikation bezüglich der oben genannten Kryptowährung offenzulegen. Der Stillstand ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich der Fall der SEC gegen Ripple aufbauscht. Ripple beschuldigt die SEC, sich dem Gerichtsbeschluss zu widersetzen. In einem Kommentar zur Situation sagte der ehemalige Bundesstaatsanwalt James K. Fillon, dass die SEC sich weigert, nach den Regeln zu spielen, da seit dem Urteil kein einziges Dokument vorgelegt wurde. In einem Brief an Richter Nedberth forderte Ripples Anwaltsteam das Gericht auf, einen Stichtag für die SEC festzulegen, um die Dokumente vorzulegen, die am 6. April und am 6. Mai angefordert wurden. Michael K. Kellogg, der die Beklagten vertritt, sagt, dass die Ausreden der SEC, die darin bestehen, die Offenlegung der Dokumente als irrelevant und unnötig zu bezeichnen, sowie Verlängerungen aufgrund interner Verzögerungen zu beantragen, nur durch die Festlegung einer strikten Frist gelöst werden können. Die SEC hat ihre Offenlegung wiederholt verzögert, während sie zu Richter Torres sagten, dass die angeordnete Offenlegung irrelevant und unnötig sei. Kommen wir zu dem Punkt, warum die Offenlegung von SEC-Dokumenten sehr wichtig sei. Oder ist. Ein kritischer Bestandteil der Verteidigung von Ripple gegen die Vorwürfe, dass man zusammen mit zwei wichtigen Führungskräften 1,3 Milliarden Dollar an nicht registrierten Wertpapieren verkauft hatte, ist das Argument der ordentlichen Bekanntmachung. Ripple ist der Ansicht, dass XRP zusammen mit Bitcoin und Ether kein Wertpapier ist und die SEC es versäumt hatte, eine offenkundige Mitteilung zu machen. Ripple behauptet, dass es extreme Ähnlichkeiten zwischen den dreien Kryptowährungen gibt und XRP daher nicht als Wertpapier eingestuft werden darf. Durch die Analyse der Dokumente, die sich im Besitz der SEC befinden, hofft Ripple die Gleichwertigkeit zwischen den Kryptowährungen nachzuweisen und damit Beweise zu liefern. Laut Finance Feeds kann der Richter monetäre Sanktionen gegen die SEC verhängen oder den Fall ganz abweisen, wenn der Kläger weiterhin unkooperativ in der Frage der Dokumentenfindung ist. Ja, soviel zum Thema Ripple. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da in Zukunft noch passieren wird, aber an meiner Meinung wird sich da weiterhin nichts ändern. Ihr kennt meine Meinung zu Ripple, ich bin davon sehr, sehr überzeugt und mache mir da auch wenig Gedanken, dass das nicht klappt, weil ich lese da sehr, sehr viele, auch viele amerikanische News und man merkt einfach, dass die SEC da auf Krampf versucht, irgendwie Ripple da einen reinzudrücken, aber man merkt einfach an der Vorgehensweise, an der Arbeitsweise, dass die SEC da einfach im Dunkeln tappt, beziehungsweise da immer irgendwo das Haar in der Suppe sucht und meiner Meinung nach gehört sowas verboten. Bleibt aber abzuwarten, meiner Meinung nach wird das Ripple, beziehungsweise XRP aber gegen die SEC ganz klar gewinnen. Hier nochmal am Schluss natürlich Werbung in eigener Sache, ihr kennt das Spiel, für alle, die es noch nicht kennen, wir haben einen Krypto-Discord-Server, auf dem ihr sehr, sehr gerne joinen könnt. Wir haben dort einen sehr, sehr guten Austausch, sind jetzt mal im Schnitt so zwischen 500 und 600 Leute dort und ja, könnt dort auch Fragen stellen, falls ihr neu seid, Beginnerfragen, wir haben auch einen Hilfe-Chat, wir haben verschiedene Coins dort, die wir favorisieren, wir kriegen dort oder ihr bekommt dort täglich News und ja, ist meiner Meinung nach eine super Lösung, vor allem eine sehr, sehr günstige Lösung, gibt es für 5 Euro im Monat, beziehungsweise, ich meine, dass es sogar umsonst ist, beziehungsweise, bin ich mir relativ sicher, wenn ihr keinen anderen Twitch-Streamer abonniert habt, könnt ihr einen immer eurer Wahl monatlich supporten, das kostet euch nichts, für mich ist das genau dasselbe in grün, für euch ist es umsonst, deswegen auch nochmal hier, wenn ihr Amazon Prime habt, nutzt das, haut umsonst ein Abo rein, dann habt ihr automatisch noch die Gruppe, beziehungsweise den Krypto-Discord, würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch aber ein schönes Wochenende, genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden, treibt es nicht so bunt und wir hören uns spätestens wieder am Montag, in diesem Sinne, macht's gut, haltet die Ohren steif, ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.